Es gibt ein Phänomen, naja, schon fast eher ein Problem, was nahezu alle DJI-Drohnen betrifft. Wenn du ein Video aufgenommen hast, zum Beispiel jetzt hier auf der Speicherkarte, du nimmst sie raus, kann ich übrigens nur empfehlen, Samsung Tralafeti-Gedönenspeicherkarten, kopierst die Daten auf dem PC oder guckst sie dir an, kann es durchaus sein, dass die letzte Videodatei kaputt ist. Die hat die entsprechende Größe, wie es sein müsste. Die Datei lässt sich auch kopieren, aber sie lässt sich nicht öffnen. Denn das siehst du ja hier, die sieht auch anders aus und dann steht da ein Corrupted File oder sowas oder nicht lesbare Datei und du denkst dir so, Alter, das ist ultra ärgerlich, weil das vielleicht was Wichtiges war. So, erstmal keine Sorge, ich erkläre dir, was in 99% aller Fälle passiert ist. Wenn du zum Beispiel so eine DJI Avata hast, kann das nämlich auch passieren. Also, ich bin mit der Avata geflogen und beim Aufnehmen ist der Akku rausgegangen. Wenn du zum Beispiel, egal ob DJI Mini 2, Mini SE, Mavic Mini, R2S, was auch immer, also alle DJI Drohnen, du nimmst ein Video auf und entweder ist der Akku leer und die Aufnahme lief noch oder du hast einfach die Drohne ausgeschaltet, ohne die Aufnahme zu stoppen. Das kann ja passieren. Bedeutet, die Drohne schafft es nicht, das Datei-Inhaltsverzeichnis abzuschließen. Das macht DJI nämlich, also beziehungsweise jede DJI Drohne nimmt das Video auf, das sind ja so Bits und Bytes, und am Ende, wenn du die Aufnahme stoppst, schreibt DJI rein, was es ist und wo welche Video-Elemente in diesem Block sind. Auch wenn es jetzt etwas nerdisch klingt, aber die Datei, das Speichern, muss vor dem Entfernen, vor dem Ausschalten des Akkus beendet sein. Sonst geht die Datei kaputt, beziehungsweise wird sie nicht fertig geschrieben. Aber, ja, man könnte doch jetzt die Speicherkarte wieder in die Drohne stecken, einen frischen Akku reinsetzen und die Drohne einschalten. Was passiert denn dann? Genau in diesem Moment, und das dauert circa, sagen wir mal, gefühlt zwei, fünf Minuten, speichert die Drohne tatsächlich die letzten Elemente auf die Speicherkarte ab. Also, wichtig, Speicherkarte nicht löschen, Speicherkarte nicht verändern. Einfach wieder einstecken, einfach den Akku wieder, also die Drohne wieder einschalten, ein bisschen warten und, hey, voilà, das war's schon. Und du brauchst in der Regel dann keine teuren Datenrettungsdinger für die Speicherkarte. Speicherkarte, das funktioniert auch so. Das bedeutet, du kannst dir eine Menge Geld, eine Menge Stress, eine Menge Ärger sparen. Wie viel Zeit kann denn dazwischen vergehen? Hier sind es jetzt drei Tage gewesen, also zweieinhalb Tage zwischen dem letzten Mal Speichern, Akku raus, Akku neu bestellt, Akku rein und das war's. Das heißt also, wenn du mal das Problem hast, dass die Datei nicht lesbar ist, steckst es wieder rein, schalt sie wieder ein, warte ein bisschen und in der Regel war's das. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Soll ja auch nur ein Short-Tipp sein, denn jetzt kommst du. Wenn dir das gefallen hat, hinterher lass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Die Speicherkarte hier, die kleine, die ich persönlich nur empfehlen kann und die Avata verlinke ich natürlich in der Beschreibungsbox und in dem Sinn, schreib alles in die Kommentare und stay tuned.